Ein Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Dachreiling, Einparkhilfe, Startstopp-Automatik und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 101 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.